Lass es geschehen YouTube, herzlich willkommen zu einer kleinen Skinshow von mir, zu dem neuen Skin von Garen, Star Legion Garen ist das. Und der ist heute rausgekommen, ich weiß gar nicht welchen wir heute haben, doch ich guck mal, heute ist der 2.2.2013, Saison 3 hat angefangen. Und der Skin kam neu raus, ich zeig euch einmal den Q, so sieht der Q aus. Und dann zeig ich euch das Alu auch noch gleich, die Aktion zeig ich euch noch im Kampf. Das W ist so und das E macht er so. Der Rückruf von Garen sieht so aus. Also richtig, richtig nice. So und wir wollen uns das jetzt mal im Kampf angucken. Ich hab extra Bots genommen, damit man das auch einmal richtig zeigen kann. Die Ulti und so weiter und so fort. Und mal sehen, wie euch der neue Skin so gefällt. Auf jeden Fall find ich ihn richtig geil. Deswegen auch gleich geholt. Ich hab gestern noch, am 1.2. hab ich noch gesagt, alter Garen bräuchte man so eine Generalüberholung. Und was passiert? Siehe da, ein neuer Garen Skin ist raus. Das ist die Ulti. Dann habt ihr die mal gesehen. So sieht das im Fight aus. Das G sieht so aus. Das Q und das G. Und das sieht schon verdammt, verdammt gut aus. Ich zeig euch mal das E einmal. Da zeigt er dann halt, da macht er halt immer so eine Blitze. Die ganze Zeit mit dem Q haut er halt extrem einmal zu nach unten. Es ist alles ein bisschen schwerfällig gemacht mit dem Anzug. Star-Legion. Garen heißt der auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr konntet euch den Skin mal so ein bisschen angucken. Die Aktionen haben, glaube ich, auch gereicht. So sieht er von vorne aus. So von hinten. Ein bisschen von der Seite. Wackelt alles ein bisschen. Auf jeden Fall sehr nice. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen weiterhelfen beim Kauf. Vielleicht auch, ob euch der so gefällt, wie er ist. So sieht er auf jeden Fall aus. Star-Legion. Und Garen, ein neuer Skin. Dankeschön fürs Zuschauen, YouTube. Tschüss, bis dann.